Peter Schürgen verkürzt Andreas Wöhler spürt den Atem von Peter Schürgen im Trainerschampionat immer stärker. Am Dienstag in Neuss feierte der Asterblüte-Chef zwei Siege und rückt damit auf Einzähler an Wöhler heran. Am Hessentor gewannen Mankurian und Drummer für Peter Schürgen. Neuer Job für Helfenbein Aktuell hat Andreas Helfenbein eine Pause eingelegt, doch der Jockey wird im kommenden Jahr wieder angreifen. Und das bei einem neuen Arbeitgeber. Wie Andreas Helfenbein bekannt gab, wird er ab 2016 bei Besitzertrainer Ferdinand Lewe in Warndorf tätig sein. Alles läuft nach Plan Nach dem Aus von Loveland ist Erika Medas Red Dubavi der einzig verbliebene deutsche Teilnehmer, der am Sonntag in der Hongkong Mile die deutsche Flagge bei den International Races hochhalten muss. Andreas Suborich ritt den siebenjährigen Dubavi-Sohn am Dienstagmorgen auf dem All-Weather-Track bei einem Rödenkanter und war sehr zufrieden. Er macht einen sehr stabilen Eindruck. Ich bin sehr froh, dass er sich so gut fühlt. Morgen arbeiten wir Ihnen, teilte Red Dubavi Smile in der Gruppe 1 Siegreiter mit.